In diesem Video geht es darum, wie ist mein innerer Kontakt zu meiner Mutter? Welche Bedeutung hat die Art und Weise, wie du innerlich in Kontakt mit deiner Mutter bist, für dein Leben? Was für Auswirkungen hat es? Der Schmerz, der dieser Hinbewegung zur Mutter entgegensteht oder der das schwierig macht, kann durch die unterschiedlichsten Dinge gespeist werden. Weil es eine Trennung gab, weil es Missverständnisse oder ein Nicht-Zusammenpassen sozusagen gab oder auch weil es missbräuchlichen Umgang gab. Da gibt es diesen Schmerz und der Organismus, der möchte diesen Schmerz nicht haben. Und dann geht er unterschiedlich damit um. Manchmal wird der Schmerz einfach weggedrückt und ich ziehe mich vom Leben zurück. Oder der Schmerz wird in den Kopf transferiert. Und wenn ich das mache, dann werden daraus Vorwürfe. Und das macht der Kopf sehr geschickt, der macht berechtigte Vorwürfe. In Anführungszeichen berechtigte. Weil jede Mutter ist eine Rabenmutter. Zu gewissem Ausmaß. Willkommen im Club der Rabenmütter. Das ist in Ordnung. Wenn es keine Rabenmütter gäbe, wenn die Mutter tatsächlich perfekt wäre, dann haben wir das, was wir jetzt als Helikopter mit da haben, was auf der anderen Seite runtergefallen ist. Also es gibt nicht die perfekte Mutter. Und das Nicht-Perfekt haben wir wieder unterschiedliche Ausmaße. Aber eigentlich haben wir diesen Schmerz. Und du kannst dich für den Rest deines Lebens mit den Vorwürfen beschäftigen. Und unabhängig davon, wie berechtigt oder unberechtigt die sind, erlösen die niemals diesen Schmerz. Es kostet was, auf diese Vorwürfe zu verzichten. Das Bild, was du von deiner Mutter hast, für einen Moment beiseite zu stellen. Und wie wäre das, wenn du ihr gutes Herz sehen könntest? Wenn du diese Vorwürfe, die du vielleicht hast, für einen Moment beiseite stellst, dann ist der Schmerz da. Dann ist unter dem Schmerz eine Sehnsucht. Und die Frage, die du jetzt als erwachsene Person haben kannst, ist, was kann ich jetzt tun, um diese Sehnsucht zu stellen? Wie kann ich als Erwachsene dafür Verantwortung übernehmen, dass diese Hinbewegung zur Mutter und zum Leben wieder da sein darf, wieder ins Fließen kommt? Für dein gutes Leben. Was ich erlebe, ist, dass dieser Schmerz sich hier in der Ausstellungsarbeit tatsächlich löst. Indem wir Stellvertretungen haben, indem du dort ganz konkret dich halten lässt. Und das ist natürlich ein großes Abenteuer. Und das ist etwas, was die Grenzen des Mediums Video erreicht. Das lässt sich nicht über Video transferieren. Wenn ich mich hinbewege zum Mütterlichen, zur Mutter, zum Leben, dann ist das etwas, was mit direktem Kontakt zu tun hat. Natürlich mit Kontakt mit mir selbst, aber auch mit Kontakt mit anderen. Den gibt es nur in echt. Das Schöne, wenn wir das hier beim Familienstellen machen, ist, dass du das nicht mit deiner Mutter direkt auszumachen brauchst. Das ist so eine große Erleichterung. Und wenn sich aber dann was verändert hat, und wenn du in deinem Inneren anders fühlst und anders aufgestellt bist, dann kannst du den Kontakt so gestalten, wie es dann für dich passt. Das, wie es deinem Empfinden entspricht. Das ist deine Freiheit, die dir dann entsteht. Du kannst nicht verändern, wie die Mutter sich verhält. Aber du für dich kannst den Umgang so gestalten, dass es für dich passt. Du kannst nicht verändern, wie die Mutter sich verhältst.